Auch unser nächster Gast wird musikalisch daherkommen, und zwar gleich zu Beginn. Wir begrüßen, wir freuen uns auf, sagen wir mal erst mal... Naja, berühmt, bekannt, der Aufklärer der Nation oder die Aufklärerin der Nation durch wahre Liebe, Lilo Wanders! Ich bin der Typ, der niemals stille steht, ich bin dabei, wenn bei euch die Post abgeht. Ich such was Neues, auch wenn's ein Alter ist, und was gestern war, hab ich nie vermisst. Ich bin die Wanders, Lilo Wanders, und ich mache alles mit. Für den linken armen Jüngling, für den rechten einen Mann, bitte kein Gedränge, es kommen auch Frauen dran. Und will ich wen mir glücken, den jag ich voller Spaß, denn Menschen gibt's so viel, Menschen gibt's so was. Ich bin die Dame in diesem Spiel, ich ziehe meine Bahn und erreiche mein Ziel. Bei mir wird schließlich jeder einmal schwach, und hab ich ihn umsingelt, dann sage ich Schach. Herzestrumpf bei mir, jeder Stich zählt, keine Angst gemerkt, für heute hab ich schon gebliegt. Und will mich mehr begleiten, hier aus diesem Saal, nachdem hau ich in die Seiten und tritt dem Obstpedal. Ich bin der Wanders, Lilo Wanders, und ich hab nen langen Arm. Ja, willkommen, bienvenue in Mainzeit, meine Lieben. Ich bin in meinem Leben schon manches Mal durch die Hölle gegangen. Ich hab ein paar mal das Paradies gestreift, ich hab viele Sehnen und noch viel mehr erlebt. Neulich hab ich gelesen, der Schriftsteller Jan Weiler hat mich als virile Kirmeströte bezeichnet. Aber wisst ihr was, ich will noch mehr. Macht euch jetzt bereit, ihr Countdown zählt. Es ist dann der Zeit, dass ihr mich richtig kennenlernt. Flucht ist keinem Kommen, ich gebe kein Pardon. Und wer um Hilfe ruft, dann bricht zur Raison. Ich bin Newanders, Lilo Wanders, und ich mache alles mit außer Band, die Springen. Ich bin Newanders, Lieselotter, und ich hab ein großes Herz. Ich bin Newanders, Lilo Wanders. Jetzt geht es los. Dankeschön. Willkommen. Immer das richtige Pronomen verwenden. Herzlich willkommen, Lilo Frau. Dankeschön. Schönen guten Abend, liebe Lina. Jetzt dachte ich, der Herr Speer wäre noch da. Ich wollte nämlich gerade erzählen, ich habe ein Patenkind in Tansania. Der Herr Speer ist noch da. Da ist er. Ja, der ist ein bisschen ins Dunkel abgetaucht, der ist noch da. Aber wenn ich es richtig weiß, dann können wir auch nachher noch ganz weiter reden. Wir werden an der Darstellung bei uns noch... Ich hätte um drei gerne einen doppelten Espresso. Ich habe eine so läufige Zunge, so schnell kommt ihr mir nicht hier aus dem Saal. Da sind wir doch schon beim Thema, würde ich mal sagen. Wir haben, bevor die Gäste in diesen Saal kamen, schon uns ein ganz, ganz bisschen kennengelernt. Und deswegen darf ich dich duzen. Was mich wahnsinnig ehrt, aber was dem Publikum erklären soll, dass wir uns nicht von alten Zeiten kennen, sondern dass wir uns sonst... Was mich nicht stören würde, das ist ihr Kopf. Mich duzt ganz Europa. Insofern bin ich immer irritiert, wenn ich dann gesitzt werde oder dann ostentativ als Frau wanders. Also alle sagen Lilo zu mir und damit ist gut. Das ist mir auch sehr angenehm. Das finde ich schön, das würde ich gerne machen. Ich bin Claudia, aber das hatten wir ja eigentlich schon. Wo ich ja so Probleme mit Namen habe. Also ich habe irgendwo gelesen, dass 90% der Deutschen wahre Liebe kennen. Also wissen, wer du bist. Die wissen, wer ich bin, aber die haben komischerweise immer, obwohl das ja fast eine Alliteration ist, Lilo Wanders wahre Liebe, immer falsche Titel der Sendung dann mir ins Gesicht geschleudert, wenn wir uns getroffen haben. Ich treffe andauernd Leute, weil ich ja auch mit meinem Bühnenprogramm unterwegs bin. Tatsächlich, ja, das waren zehneinhalb Jahre, 545 Sendungen, habe ich mich mit einem komplizierten, sensorisch, motorisch, notorisch, neurohormonal, vaskulären, interpersonellen, psychosozialen, kulturellen Ereignis beschäftigt, genannt wahre Liebe. Und ich glaube, ich habe alle aufgeklärt, die heute über 27 sind. An dich erinnere ich mich. Und war Ihnen selber je etwas fremd in dieser Sendung, wo Sie gesagt haben, also Entschuldigung, das würde ich gerne nicht näher beleuchten, oder ist das alles immer mit offenem Herzen und Geist gelesen? Also, ich habe mir sehr früh schon das Lesen beigebracht vor der Schule und dann alles gelesen, was zu Hause bei meinen Eltern im Regal stand. Mit 13 habe ich dann entdeckt, dass in der Reihe dahinter auch noch was steht und kurz danach hat mich meine Mutter dann mitten in der Nacht gegen 3 Uhr mit einer Flasche Martini und einer Schachtel Zigaretten und dem Lexikon der Erotik im Schoß erwischt. Als der Sturm vorbei war, wusste ich, so jetzt Schluss mit der Theorie, jetzt geht es in die Praxis. Also insofern war ich einigermaßen vorgebildet, als die Frage dann kam, ob ich die Sendung machen wollte. Und wir hatten eine redaktionelle Absprache, dass bestimmte Themen nicht vorkommen. Also alles, was in irgendeiner Form mit Vergewaltigung zu tun hat, mit Pädophilie, kam bei uns nicht vor. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, über jede Thematik gesprochen oder sie auch im Bild gezeigt, die man sich nur ausdenken kann. Und ihr macht euch ja keinen Begriff. Es gibt so viel mehr, so viel mehr, als man sich vorher vorstellt. Da schlackerst du mit den Ohren. Aber du bist da immer einfach interessiert und offen rangegangen. Also nie mit diesem voyeuristischen, was macht ihr denn da, Blick? Also erstens diese unglaubliche Schlagfertigkeit und diese Eloquenz, aber auch eben immer mit dieser Neugier, die dem Zuschauer, jedenfalls erinnere ich mich so daran, das auch ermöglicht hat, das mit anzugucken und auch was zu lernen. Ja, komischerweise ist diese Sendung ja in der Erinnerung eine Aufklärungssendung. Dabei war es im Grunde ein Unterhaltungsmagazin. Nebenbei wurden aber eben so viele Informationen über Sexualität und Partnerschaft und Erotik und Liebe weitergegeben, dass es eben als Aufklärung verstanden wurde. Und ich wurde ganz schnell zur Sexpertin erklärt. Ich habe mich natürlich auch privat weitergebildet. Immer auf der Höhe der Zeit. Und heute, ja, heute muss ich sagen, es ist eben zu meinem Lebensthema geworden. Ich habe jetzt diesen Stempel drauf und ich bin, wem auch immer da oben, meinen Engeln nicht undankbar. Aber ich bin natürlich festgelegt auf diese Thematik. Und ist das dann auch so weit gegangen oder ist es heute noch so, dass Leute dich fragen um Rat oder Tipps? Weil Liebe hat ja oft auch was mit Beziehungen, Sex, mit dem Wunsch zu tun, dass es bleibt. Aber sie ist so schwer festzuhalten. Das Komische ist, also wenn man so lange Zeit auf dem Bildschirm in den Wohn- und Schlafzimmern dabei war, dann gehört man irgendwie zur Familie. Ja, und wenn man weg ist, dann ist das wie wenn der Hund gestorben ist. Da guckst du auch noch ganz wochenlang aufs Sofa, wo der immer gelegen hat. Oder Oma. Insofern bin ich ein Familienmitglied. Immer noch für ganz viele. Mir flüstern heute noch Leute ganz stolz zu. Ich gucke das jede Woche. Und ich sage das immer Fabeln, da fällt das so. Nein, ich will ein bisschen ernsthafter sein. Also es passiert tatsächlich, dass mir innerhalb weniger Minuten ganze Lebensgeschichten anvertraut werden. Ich bin manchmal fertig mit den Nerven, aber ich fühle mich auch geehrt. Und ich habe auf Fragen geantwortet, da wusste ich vorher selber nicht, dass ich die Antwort kenne. Wobei ich aus der Erfahrung auch sagen muss, also Ratschläge sind gar nicht gut. Zuhören ist richtig. Und Zuhören und Reden ist eben auch wichtig für eine Beziehung. Ich glaube, es wird keinen verwundern, wenn ich sage, unter jedem Dach ein Ach. Nur selten Freude in der Wohnung. Nee, nur selten Freude im Gebäude, dann reimt sich's. Kaum Schonung in der Wohnung. Vorzugsweise im Schlafzimmer. Ja, es ist einfach so. Ein großes Thema, das ja für unser Leben eine immense Bedeutung hat. Also in meinem philosophischen Moment habe ich mal gedacht, wir sind ja alle kleine Leute in einer großen Welt, nicht? Und die Zeit vergeht schnell, wir altern, unser Haar wird grau. Na gut, nicht bei allen. Und es ist alles nicht so einfach. Und im Grunde, wenn wir alle nur so ein Furz in der Weltgeschichte sind, mal abgesehen von den Jahrhundertgenies, dann hätte man eigentlich jede Freiheit, das zu tun, was man möchte. Solange die Freiheit eines anderen nicht eingeschränkt wird. Deshalb habe ich so interessiert, auch Herrn Speer eben noch zugehört. Ja, was machen wir? Was machen wir? Es kreist unser Leben meistens um zwei Themen. Und das eine ist eben die Sehnsucht nach Liebe. Und das andere große Thema ist der Tod, jedenfalls für mich. Also die Angst vorm Nicht-mehr-Dasein, vorm Nicht-mehr-Mitgestalten, vorm Vergessenwerden auch. Und dann versucht man diese Angst vor diesem Nicht-mehr-Sein eben durch die Liebe zu ersetzen. Und das ist eine ganz große Aufgabe für die Liebe. Und wir scheitern eben manchmal dran, weil wir so wenig voneinander wissen. Letzten Endes. Mann und Mann ist nicht einfach. Bei Frau und Frau gibt es auch nicht nur positive Reibungen. Aber ich glaube, das Komplizierteste ist wirklich Mann und Frau und Frau und Mann. Und durch meine Bühnenprogramme versuche ich also über das Lachen Erkenntnisse zu transportieren. Und das passiert ganz oft, dass mein Publikum da sitzt und man sich gegenseitig anstößt. Oder ich auch höre, genau wie bei uns heizt. Ja, und dadurch kommt vielleicht was in Bewegung, dass Paare auch kommunizieren oder wieder kommunizieren. Und man erlebt es doch im Alltag. Das muss ja nicht mal in der eigenen Ehe oder in der eigenen Beziehung sein. Aber was ich alles so mitkriege, ich habe aber auch Antennen, muss ich auch sagen. Also ich stand kurz vor Weihnachten auf dem Bahnhof, neben mir ein älteres Ehepaar. Na ja gut, die waren in meinem Alter, aber als Ehepaar zu identifizieren, weil sie beide so mintgrüne Anoraks anhatten. Und dann sagt er zu ihr, ach es ist so ein schöner Tag, nun komm, nun lächel doch mal. Lächeln für wen, etwa für dich? Ja, wirklich. Oder wenn ich mit meiner Freundin Jutta so ganz vertraulich zusammensitze und wir reden auch über alles. Und ich sage, na was macht denn euer Sexleben? Günther verdient ja nicht so viel. Völlig unlogisch, aber ich weiß genau, was da los ist. Oder noch eins. Im Restaurant, am Nebentisch ein wirklich betagtes Paar. Der Kellner nimmt die Bestellung auf und sie sagt, Schnitzel und Kartoffeln. Und der Kellner fragt, und das Gemüse? Er nimmt dasselbe. Ja. Alles wahr. Und Sie sagen, der Schlüssel ist die Kommunikation? Ja, das ist... Aber nicht immer, oder? Also ich habe nämlich im Interview mit Ihnen gesehen, da haben Sie gesagt, das war mir sehr einleuchtend, hast du gesagt. Ja. Da hast du nämlich gesagt, auch ein Geheimnis, also nicht immer, auch mal schweigen, auch mal nicht immer alles austauschen, auch nicht jeden Tag, jede Kleckergeschichte nachher. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Nein, ich meine, damit sich auszutauschen, es fängt ja meistens mit einer rasanten Verliebtheit an, mit einer sexuellen Verliebtheit. Es ist das Huhn, das den Hahn zum Krähen bringt. Ja. Und der Hahn lässt die Hände gackern, es ist nun mal so. Also, man ist nicht befreundet, sondern man ist verliebt. Diese Mischung aus Wahnwitz, Geilheit, Optimismus und völliger Blödheit. Ja. Ja. Kenn ich. Kennst du auch. Ja, na klar. Kennen wir hoffentlich alle. Ja, klar. Und ja, man denkt, man wird nie wieder traurig sein und ist so wund, dass man keinen Schritt mehr laufen kann. Herrlich. Herrlich. Ja. Ja. So. Und das hält ja auch eine Weile an. Dieses übereinander herfallen und es machen, egal wo man gerade ist. Und durch die ständige Wiederholung soll alles so bleiben, wie es ist und gleichzeitig soll es besser werden. Ja, Pustekuchen, ja. Das flacht ab. Und wenn man dann nicht auch noch eine Form von Freundschaft hat, dann ist die Sache eigentlich verloren. Aber viele sitzen dann schon in der Falle und kommen nicht mehr raus. Wobei es ja noch einfacher ist, am Anfang wieder zu gehen. Wenn dann erst mal die ganzen Verstrickungen sind, wird es ja immer komplizierter. Nein, ich finde, also ich versuche es zumindest. Ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich es kapiert habe für mich. Ich habe eine rasante Affäre seit drei Jahren. Und ich habe es diesmal ganz anders gemacht, als die Male davor. Ich habe alles ausgesprochen, was die Bettkante bestrifft. Und ich habe mich alles getraut. Und das war eine große Befreiung für uns beide. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass die ganze Geschichte auch noch Bestand hat. Muss ich allerdings dazu sagen, also kein Zusammenleben, um Gottes Willen bloß nicht. Nur zusammen, wenn verlangen, nur verkehren, wenn begehren. Das heißt, der Alltag ist ausgeschlossen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, also ich will nicht ins Kino und ich will auch nicht irgendwo ein Bier trinken gehen. Nee, ich will poppen. Aber ohne Verliebtheit. Und es ist was entstanden, das ist tiefer als das, was ich vorher je erlebt habe. Ganz komisch. Toi, toi, toi. Hoffentlich hält es. Aber für mich zumindest hat sich das bewährt. Und zwar eine solche Offenbarung, sich selber zu offenbaren dem anderen, vielleicht als Basis nehmen, dass daraus dann, auch wenn das Verlangen wieder etwas zurückgehen möge oder mag, dass man dann noch was hat. Und es ist einfach eine statistische Wahrheit. Nach einem Jahr Beziehungen haben nur noch vier Prozent der frischgebackenen Paare, egal welchen Alters, täglichen Sex. Vier Prozent. Der Alltag ist eingekehrt. Das ist einfach so. Aber ist es schlimm? Also nicht der Alltag, sondern nicht täglich Sex? Nein, nein, nein. Also ich, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also wenn man länger zusammen ist, muss man Situationen schaffen, wo die Lust entstehen kann. Ja, so steht es auf den Ratgeberseiten der Frauenmagazine. Ha, ha, ha. Da lacht Herr Speer. Ja. Ja. Also ich sage, man muss sich einfach überwinden. Diese Weisheit ist nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen. Die habe ich von meiner Freundin Doro. Aber wer Sport treibt, versteht es doch sofort. Also wir warten doch auch nicht, ob wir Lust haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder Nordisch Walking zu machen oder auf dem Fußballplatz oder was auch immer. Immer zu einer festgelegten Zeit. Und am besten zu zweit. Das motiviert mir. Ja, und bei Doro und Wolf, die sind schon sehr, sehr, sehr lange zusammen. Die haben eine feste Beziehung, die war viele Jahre auch nach unten offen. Aber sie haben immer noch ein gemeinsames Schlafzimmer. Und Doro hat schon vor langer Zeit die feste Regel eingeführt, zweimal die Woche. Mittwoch und Samstag. Sie sagen, wenn er Fußballfan wäre, könnte man auch auf Dienstag und Freitag ausweichen. Aber bei ihnen ist es Mittwoch und Samstag. Unabwendbar. Fester Termin. Und sie hat mir erzählt, das hat ihre Intimität gestärkt. Und vor allen Dingen, du weißt genau, nach dem Sex, vor dem Sex, denn es kommt ja immer wieder eine neue Woche. Da muss keiner an der Tür kratzen und betteln oder beleidigt sein, weil nichts passiert. Unabwendbar wie ein Zahnarztbesuch. Es wird gebohrt. Aber romantisch muss es dann nicht. Nein, muss es ja auch nicht. Zwei Stunden. Wie lange? Zwei Stunden, nein. Zwei Stunden sich einander widmen, sich einander wahrnehmen, dass der Alltag draußen bleibt. Handy aus, Fernseher aus, fester Termin. Nur die beiden. Nur die beiden, ja. Und ansonsten, also wer so eine Regel nicht einführt, da kann man auch sagen, also ich meine, man ist ja auch nicht zu müde, um zu trinken und zu essen, nicht? Das wirkt man sich auch manchmal einfach so rein. Ja, das stimmt. Ja, und wisst ihr was? Neulich hat mir Doro erzählt, in letzter Zeit kommt es vor, dass Wolf sich sogar Sonntagnachmittag oder Donnerstagabend die Zähne putzt. Ja. Ist bei euch auch so? Zähne putzen als Vorspiel? Ich habe das mal erzählt bei einer Veranstaltung in Lutherberg, das ist hier oben bei Kiel an der Ostsee. Und da sagte eine sehr alte Dame in der ersten Reihe, ohne dass er sie rausnimmt. Das war ganz entzückend. Ja, die war mit ihrem Mann bei mir im Programm und ich gehe hinterher immer ins Foyer und unterhalte mich auch mit den Gästen und habe die beiden dann getroffen und das war ganz entzückend. Die haben beide so rosig geglüht. Nicht, weil sie kurz vor dem Schlaganfall standen, nein. Nein, ich sage es ja immer, geküsstes Fleisch leuchtet. Das ist ja ein wunderschöner Satz. Ja, und jetzt lass mich noch eben zu Ende führen. Ja, und dann haben sie sich nämlich doch in meiner Gegenwart in die Wolle gekriegt, ob sie 68 oder 69 Jahre verheiratet sind. Die waren beide 91 und das hat mich tief berührt, weil das war, wenn man tief ins Herzen reinschaut, das möchte man doch, nicht? Gefährten. Man muss es bloß eben vorher pflegen. Also, wenn Mutti erst nach langen, langen Jahren in schwarzer Unterwäsche im Schlafzimmer steht und Fati fragt, ist was mit Oma? Ja, also, dann sollte man vielleicht noch nach Alternativen suchen. So, ich war dir ins Wort gefallen. Nein, ich war dir ins Wort gefallen. Nein, weil ich wollte nämlich mit dem Programm fragen, dein Publikum, ist das denn von der Altersstruktur? Natürlich sind die nicht alle über 90. Mit mir gealtert, ja. Nein, denn ich habe schon manchmal den Eindruck, dass dieser freiere Umgang mit Sexualität und so eine gewisse Offenheit der Jugend wieder abhandengekommen ist, weil sie eigentlich alles kriegen können. Also, ich weiß nicht, wenn es bei uns um das Lexikon der erotischen Begriffe ging oder um heimlich meine konkret im Hinterzimmer lesen, ist es heute möglich, mit drei Klicks den wirklich unangenehmsten Porno zu sehen, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ein großes Problem, tatsächlich. Ein großes Problem, weil die Jugendlichen, ich nehme jetzt mal so die Pubertären und bis Mitte 20 oder so, naja, ich meine bis Ende 20 bist du doch emotional noch ein Teenager, oder? Kann man doch nicht ernst nehmen. Entschuldigung, sind junge Leute hier? Also, ich habe mir geschworen, keinen unter 40 mehr, also wirklich. Nein, aber ernsthaft. Natürlich haben unsere Formate damals, es war ja nicht nur wahre Liebe, es gab Piep und es gab Liebesünde. Wir haben junge Leute, die jetzt so Ende 20 sind und eben älter, erzählen mir, die haben alle heimlich geguckt. Und heute mit dem schnellen Zugriff auf die pornografischen Seiten, das ist ein Problem. Neulich hat mir eine junge Frau erzählt, sie war mit einem jungen Mann zusammen und das war für ihn das erste Mal. Und er hat sich gebärdet wie ein Pornodarsteller, weil er keine Ahnung hatte, um was es geht. Nämlich auch die Seelen anzurühren und nicht nur ein blödes Rumrammeln. Ja, und sie musste ihm das erstmal alles beibringen. Das kann ja auch Spaß machen. Das kann auch Spaß machen, aber andererseits, jede nachwachsende Generation, all die jungen Leute, die schlingern sowieso hin und her. Und letzten Endes, Informationen über sexuelle Vorgänge, die habe ich mir aus Farnterfelde geholt, weil das in der zweiten Reihe bei meinen Eltern stand, die vollkommene Ehe. Und da hieß es noch Begattung und so. Das Schlingern ist in diesem Alter sowieso da. Das viel Wichtigere ist die Frage nach der Liebe und die kann eben keiner beantworten. Ich habe aber auch gar nicht, ich bin nicht so pessimistisch. Ich kenne wirklich viele junge Leute. Und also von diesen Porno-Kids und so, das sind so Auswüchse. Das ist eine tolle Generation, die ist mir fast zu konservativ. Aber konservativ in dem Sinne heißt ja auch, Werte bewahren und Werte wieder neu finden. Wir werden einfach lernen müssen, damit umzugehen, wie wir mit diesen ganzen neuen Technologien lernen müssen umzugehen und mit dem Gefühl, durchsichtig zu sein und dass alle Informationen über uns irgendwo zu haben sind. Und dass wir über das Internet völlig, ja, wir sind einfach durchleuchtet und wir kriegen Angebote von Waren, weil man weiß, dass wir uns da vielleicht für interessieren. Also es ist ein großer Kulturwandel sowieso. Und ich will aber auch nicht rumjammern. Also ich bedauere es natürlich, dass junge Leute im Grunde nichts mehr wissen über kulturelle Vorgänge von vor 40, 50 Jahren. Dass sie einfach keine Ahnung haben von Geschichte, von sozialen Zusammenhängen, von Umbrüchen, von Kunst, von Literatur. Aber was soll man jammern? Also dafür kommen vielleicht andere Werte. Ich weiß es auch nicht. Aber dass die Jugend in das Programm kommt, ist eher nicht der Fall. Das ist eine zu große Abstandszuware, Liebe, zu dieser Zeit. Wie gesagt, also alles unter 27. Neulich hat mir eine 24-jährige junge Frau gesagt, sie hat es auch gesehen. Also es ist jetzt 11,5 Jahre oder 12 Jahre her. Ja, das sind dann, stimmt. Ja, aber junge Leute gehen generell nicht mehr in kulturelle Veranstaltungen. Es sei denn, es ist Helene Fischer oder sowas. Guck dir die Theater an. Das ist alles, so würde ich behaupten, 40 plus. Aber eben dann bis in die 90 hinein, weil wir so lange jung bleiben, wie das alte Paar, das ich da getroffen habe. Da glaube ich, würde ich ein bisschen widersprechen. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Inwiefern? Dass das Publikum schon auch jünger ist. Also das ist das doch. Dann hat man Glück. Also bei mir sind auch junge Leute. Im Schnitt sicher. Ich weiß genau, das ist das alte, wahre Liebe Publikum. Ich bin jetzt 60. Wir haben 94 angefangen. Das heißt, die sind, wenn sie damals so mit 30er waren, sind sie natürlich auch so. Und dann gibt es Frauengruppen um die 40, so Freundinnen, die alle gerade keinen Kerl haben, die im Pulk kommen. Dann kommen die Ehepaare um die 50, die zusammengeblieben sind. Und dann kommen noch Ältere und da kann man da gar keine Regel aufstellen. Neulich kam also eine Gruppe von vier kichernden, über 70-jährigen Frauen nach der Vorstellung zu mir. Und die eine sagte, sie wusste nicht mal, was ein Dildo ist. Wusste ich doch, wusste ich doch. Herrlich ist das, herrlich. Ist das schön. Das ist wirklich hübsch. Wenn sie, also... Du. Wir schaffen das hinterher bei mir. Ich glaube, das liegt das darin, dass ihr alle euch zwangsgedutzt habt in der DDR, oder was? Ne, wir haben uns nicht zwang... Wir haben uns nur die Hände geschüttelt eigentlich. Aber gedutzt wurde eigentlich nicht zwanghaft. Wurde nicht? Könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Achso, ich dachte, so wie bei den Sozialdemokraten. Ne, es liegt jetzt, glaube ich, daran, dass das vorher war vorher und jetzt ist das alles so schick und so elegant. Apropos, es ist so wahnsinnig schlank, auch so rank und so... Es ist schlank, ja. Nein. Nein. Ich habe aber heute schon vier bis sieben Fettnäpfchen gehabt. Ich versuche es mal jetzt. Nein, alles gut, alles gut. Ich weiß noch. Ich meinte, du siehst blendend aus. Das war meine unheimlich komplizierte Art zu sagen, du siehst blendend aus. Ja. Was ja auch ein bisschen... Also... Wenn man mit seinem Äußeren, das ist ja nicht ganz lustig, weil ich weiß, dein Jahrgang hat sich zwar geändert, aber irgendwo bist du ja auch der Zeit ausgeliefert. Natürlich, klar und nicht jeder ist wie Iris Bärm. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich älter geworden bin. Also diese kleinen Fältchen um die Lippen rum, die nicht nur vom Rauchen und vom Oralverkehr stammen, die habe ich auch. Also das ist einfach eine gute Beleuchtung und ein geschicktes Make-up. Aber tatsächlich, ich habe im letzten Jahr im Zeitraum zwischen Juni und August, also in drei Monaten, 18 Kilo abgenommen. Ja. Und nicht, weil ich krank bin oder so, sondern weil ich das ganz bewusst gemacht habe. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe davor, in den drei Jahren, hatte ich fünfmal Antibiotikum nehmen müssen, wegen irgendwelchen Blödsinn in meinem Körper. Das letzte war ein Seckenbiss, Borreliose, ganz unangenehm. Und Massenantibiotikum, ja, man soll eben nicht und sei das Wetter noch so schön unter freiem Himmel im Wald vögeln. Also wieder was gelernt. Und das hat sich endlos langgezogen und gegen dieses Unwohlsein habe ich dann angefangen, richtig mich voll zu fressen. Und mich nicht mehr, dann deswegen nicht mehr wohl gefühlt. Und dann kriegte ich ein Buch in die Hand, das heißt SOS, Schlank ohne Sport. Ha, habe ich gedacht, das ist es. Ja, also Sport ist nicht mein Ding, höchstens mal den Morgenritt bei offenem Fenster. Aber ihr mögt das, wenn ich solche Sachen sage, ich weiß das. So kribbelig. Ja. Nein, aber nochmal ernsthaft. Das ist ein reißerischer Titel, aber es ist eine ganz ernst gemeinte Anleitung zur Ernährungsumstellung. Und ich habe die erste Woche dieses Programm durchgezogen, es gibt eine Reinigungswoche, wo man nur Gemüsesäfte und sowas zu sich nimmt. Und gleich vier Kilo abgenommen. Da habe ich gedacht, das ist ja toll. Und dann habe ich weitergelesen, ich bin halt so ein, ich lese alles. Und dann kriegte ich Darm mit Charme in die Hand und die Weizenwampe. Und habe zwei Erkenntnisse vermittelt bekommen, ob sie nun wahr sind oder nicht. Das eine ist, der Weizen wird behauptet, sei vor einigen Jahrzehnten gentechnisch verändert worden. Da muss was dran sein. Ich erinnere mich, als ich Kind war, da war der Weizen über 1,80 hoch. Heute ist der so hoch und die Ehren sind sehr viel voller. Und es wird eben behauptet, da ist was aus dem Ruder gelaufen, was dafür sorgt, dass wir alle diese Wand bekriegen, wenn wir Weizenprodukte essen. Und die zweite Theorie ist, auch Kuhmilch ist für den Menschen nicht gut, weil wir alle keine Kälber sind. Und komischerweise sind diese Enzyme, die für Unwohlsein sorgen und für diesen Blähbauch, in Ziegen- und Schafsmilch und Käse wohl nicht vorhanden. Das heißt, ich habe alle Weizenprodukte weggelassen und das ist überall drin, das Scheißzeug. Ja, man muss bloß die Zeit haben, im Supermarkt sich alles durchzulesen. Bis im Heringsalat ist Weizenmehl drin. Es ist unglaublich. Also Dinkelbrot nur noch und selbst gebacken, aber es gibt eben auch Bäcker, die haben Dinkelbrot. So, und dann eben, ja, keine Milchprodukte mehr. Und es geht dir gut damit? Es geht mir gut, ich bin früher mit, ich habe einen etwas ungewöhnlichen Schlafrhythmus, also um zwei noch mit einem Brotbrett mit drei Broten, fingerdick mit Butter und dann nochmal doppelt so dick Kammbeer obendrauf, zu Bett gegangen so ungefähr, ja, mache ich nicht mehr. Ich, statt Butter nehme ich Kokosöl, das ist im festen Zustand, das wird erst ab 40 Grad flüssig und ich mache mir Smoothies morgens, die halten manchmal den ganzen Tag, weil die so sättigen und ich kann abends Pommes mit Mayo essen und es bleibt nichts hängen. Man sollte natürlich nur nicht gleich die Regel durchbrechen in den ersten 14 Tagen. Durchgehend Pommes mit Mayo. Nein, aber nach drei Monaten, also seit August halte ich mein Gewicht und 18 Kilo sind, 36, sind 72 Stück Butter, die ich nicht mehr mit mir rumschleppe und das macht eben auch im Kopf so leicht. Ich bin seitdem so viel fröhlicher, ich war ein alter Trauerkloß, natürlich nicht im Beruf, professionell bin ich immer freundlich und fröhlich, aber inzwischen bin ich es auch privat wieder. Das klingt gut, das ist schön, wenn man sowas schafft, das ist toll. Würdest du uns denn noch weiter was zum Abschied singen? Würdest du das machen? Ich würde, wenn wir jetzt nochmal mit Thomas ein bisschen an der Akustik kurbeln. Ich höre mich selber auf dem Monitor nicht und die Mucke muss auch ein bisschen lauter sein auf dem Monitor, weil eben bin ich fast aus der Kurve geflogen. Jetzt muss ich ein bisschen was erzählen. Ich habe zwei Songs vorbereitet, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesungen. Ich habe aus einem alten Programm ein Stück, also ich werde ja in der Öffentlichkeit immer Hamburg zugeschlagen, aber ich bin ein Kind der niedersächsischen Provinz in Celle geboren. Das ist eine kleine Stadt in der Lüneburger Heide. Gewohnt haben meine Eltern da nicht. Wir wohnten in einem Dorf bei Walzrode, das ist vielleicht ein Begriff. Vogelpark, Walzrode. Da hat mir eine ganze Finger gebissen, da war ich drei. Ach was. Ja, also ich sage es nochmal. Also es hat mit Vögeln nichts zu tun, sondern nur mit Vogelpark. Meine Mutter hatte aus Hamburg auf das Dorf geheiratet und meine Großeltern väterlicherseits hatten dort ein ländliches Kaufhaus fest verankert. Der Alte kam aus Sachsen, hat dann aber sich den Dialekt abgewöhnt und Plattdeutsch gelernt, damit er mit den Bauern Geschäfte machen konnte. Und ja, sah aus wie Thomas Mann, hat sich aber benommen wie Josef Stalin. Also es war die Hölle zu Hause, aber es war auch die Hölle im Dorf selber. Und ich nehme mal vorsichtshalber einen Zettel in die Hand, aber ich hoffe, ich muss nicht drauf gucken. Und jetzt würde ich mal Thomas bitten, fahr mal ab. Es war ein kleines, mieses Nest in der Provinz, es stammt nach Mittelmäßigkeit. Nach Langeweile, Bier und Bosheit, nach Moral, nach Nafterlin und Neid. Da, wo der Gehsteig wie geleckt war, wo es Samstag streng nach Badewasser roch. Da, wo der Dreck so gut versteckt war, aber aus den Ritzen stand es doch. Da, wo des Lehrers Tochter schwanger wurde und sich dann aus Scham das Leben nahm. Ich gehe niemals mehr zurück in dieses Dorf, aus dem ich einmal kam. Die Männer waren scharf rasiert, gescheitelt und auch sonst adrett. Die Frauen trugen Dauerwellen aus Beton und ein Korsett. Der Puffschlamut verschleckt im Wald, da fiel er auch nicht weiter auf. Nur Freitagsabend stand die Autoschlange bis zur Bundesstraße rauf. Und bis zum nächsten Mal war man als Ehemann dann wieder monogam. Ich gehe niemals mehr zurück in dieses Dorf, aus dem ich einmal kam. Es war ein rieses kleines Fest in der Provinz, wo jeder jeden kennt. Da, wo man keine Fragen stellt, weil man sich ja sonst den Mund verbrennt. Wo man stattdessen mit dem Opernglas durch die Gardinen späht. Es wussten viele was und trotzdem hat kein Hahn danach gekränkt. Als in der Jauchegrube eines Tags ein abgetriebener Fötus schwach. Ich gehe niemals mehr zurück in dieses Dorf, aus dem ich einmal kam. Es war ein rieses kleines Nest in der Provinz, das ist es wohl noch heut. Ein Dorf mit Schweinemast und Schützenfest und Bürgermeister mit Vergangenheit. Sie haben garantiert inzwischen eine Autowaschanlage aufgestellt. Und einen Tennisplatz im Grünen die Obstallee gepennt. Und ewig blühen die Gerangen, sehen schön aus und stinken ganz im Fahrt. Genauso wie das Ganze, Gottverdammte, doch aus ewig einmal kam. Ja, deine Karriere, die hast du ja eigentlich im Schmidt-Theater auf St. Pauli begonnen. Ja. Ich bin ein, ich sage immer, ich bin eine geborene Schmidt, ich dürfte jetzt hier rauchen. Also die Schmidt-Mitternacht-Show gehört ja mal zu meinen Lieblingssendungen, muss ich mal sagen. Jetzt, wo du mich persönlich getroffen hast, nicht mehr. Nee, aber da warst du so eine Parodie der Könige. Das ist richtig, ich habe als Parodie auf, als Persiflage auf Evelin Könige angefangen. Ich weiß nicht, kennt ihr die überhaupt noch? Ja, das ist ja toll. Ja, die Komponisten-Tochter. Eduard Königke, der Vater. Also Evelin ist mit einem goldenen Löffel in allen Öffnungen aufgewachsen. Die waren, äh, du guckst immer so verschämt. Ja, ich bin so verschämt. Nein, also der, der, äh, Eduard Königke war nach den damaligen Begriffen tatsächlich Milliardär. Also die waren schweinereich. Und, ähm, die Königke war ein überflüssiges Kind, hat sie mir auch erzählt, ja. Ich war ein überflüssiges Kind. Meine Eltern hatten aneinander genug. Mein Vater hat mich manchmal so geschlagen, dass ich bis ins nächste Zimmer geflogen bin. Pianist, die haben so Kräftige, ja. Und kennengelernt habe ich sie, dir will ich es ja auch erzählen. Und, äh, ich habe sie interviewen sollen bei einem Festival in Nürnberg. Das war schon Anfang der 80er. Und, äh, ich saß in einem Mini-Hotelzimmer, Knie an Knie mit ihr. Sie hat zwei Schachteln HB von mir aufgeraucht. Und ich habe dieses Interview äußerst ungeschickt angefangen, weil ich sagte, voller Verehrung, Frau Königke, ich habe ganz viele Schellackplatten von Ihnen. Oh, weia. Erzählen Sie mir doch nicht, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja, das wollen wir doch gleich mal abblocken. Stellen Sie mir Ihre Frage, ich werde sie mir anhören und dann entscheiden, ob ich darauf antworte. So, also es war wirklich ganz schlimm. Diese zwei Stunden da in diesem Hotel. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich hatte aber dieses Interview eben mitlaufen lassen. Und dann abgetippt und an diese Zeitschrift gegeben. Und Jahre später, als wir das Schmidt-Theater eröffnet haben, im ersten Jahr, wollten wir ein Theaterstück auf die Bühne bringen, das hieß Blaue Jungs. Blaue Jungs war der Name eines fiktiven Hotels in Hamburg-Sankt Pauli mit der Wirtin Marlene Jaschke. Und unter anderem sollte auch eine etwas runtergekommene, aber immer noch sehr von sich überzeugte Schauspielerin, Sängerin absteigen. Und der Regisseur gab mir die Aufgabe, also sie heißt Wanda Golokowski und zwar 1989, die kommt aus der DDR und war da mal ein Star, ist aber nichts vergessen. Da habe ich gesagt, also, nee, tut mir leid, da fällt mir nur Gisela May ein, ich brauche immer ein Vorbild. Aber ich habe das Interview mit der Königke noch irgendwo in der Schublade liegen und dann habe ich das als Vorbild genommen, um diese Rolle zu gestalten. Und Wanda Golokowski klingt ja auch scheiße. Da habe ich gesagt, Wanda ist aber gar nicht schlecht, die wandert schon seit Jahrhunderten über die Erde und hat immer schlechte Laune und pestet so rum. Also der Nachname Wanders war klar und dann habe ich mir überlegt, wie kann sie mit Vornamen heißen. Ja, Lieselotte Pulver war damals so, auch in dem Alter. Ich habe gesagt, die heißt jetzt Lieselotte Wanders. Und damit hatte ich mich selber erfunden. Und soll ich noch mehr, ich meine, die Uhr läuft, ne? Ja, die Uhr läuft, aber... Noch ein bisschen, noch ganz bisschen. Einer geht noch. So, und wir haben dieses Stück im Schmidt über 180 Mal gespielt und irgendwann in der so... Ich sage jetzt mal, 138. Vorstellung sitze ich da auf der Bühne als Lilo Wanders, also Persiflage Kühnecke und sie zieht einen vom Lederacken. Gehen Sie mir weg mit Politik, alle haben Sie mich betanzt auf dem Bundespresseball. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Lübcke, Heuss, Genscher und Lambsdorff. Wussten Sie eigentlich, dass Graf Lambsdorff ein hervorragender Tango-Tänzer ist? Oder war das Goebbels? So. Okay, der Nachsatz war von mir. Aber ich sage das und er kommt aus dem Publikum, richtig, genau so war es. Und da saß sie da und hat sich das angehört. Und ja, wir haben uns richtig angefreundet. Sie war eben ein ungezogenes altes Kind und außerdem eine Mythomanin, Pseudologica Fantastica ist das Krankheitsbild. Das sind Menschen, die erfinden ihr Leben und machen sich damit wichtiger. Und das trifft. Je öfter Sie die Geschichten erzählen, desto mehr glauben Sie sich selber. Und es sind dann auch meist so geschickt ausgedachte Geschichten, dass man sich nachprüfen kann. Also Evelyn hat mir auch erzählt, ich bin erblindet, als ich Rotterdam bombardieren musste. Seitdem muss ich diese Brille tragen. Also sie hat Geschichten erzählt. Mit 14 war ich die jüngste Balletttänzerin an der Deutschen Oper in Berlin. Aber dann wurde mein Busen schnell zu gewichtig. Also habe ich Steppen gelernt. Ich war Europas beste Stepptänzerin. Also ich kann es jetzt leider nicht alles erzählen. Ich habe sie sehr geliebt. Ich habe sie wirklich geliebt. Und sie hatte ja eine Karriere mit Wellen. Also sie war ja schon als junges Mädchen mit Sing nach der Sing. Ein großer Star. Und dann in den 50ern vor allen Dingen Skandalnudel. Mit Allerdings sprach die Sings, rückt das Dingsmeer nach links. Und auf einmal ging es unheimlich pikant. Und das in den 50ern. In den 50ern. Also sie war die Skandalnudel. Und der Stern schrieb über sie, sie trank mehr als sie sang. Und später hat sie mir erzählt, Rosa von Braunheim hat sie dann ja in die weitere Karriere geführt in den 70ern. Und Rosa war der Meinung, ich sei eine deutsche Jane Mansfield. Nur verlebter. Die ist ja jung gestorben. Glück gehabt. Rüber ab beim Autounfall. Ich bin viel besoffen gefahren. Es ist aber nie was passiert. Also ich könnte wirklich stundenlang über sie erzählen. Und ich habe jetzt ein Lied noch dabei. Mal sehen, ob das jetzt gelingt. Aus ihrer Feder und von ihr damals gesungen, so ein Schleppblues. Thomas, ich trinke noch mal einen Schluck. Draußen ist gewiss schon helles Tageslicht. Lass die Vorhack zu, ich ertrage es nicht. Wenn ich nur wüsste, wo hier Tabletten sind, am Morgen, danach. Malerisch die Gläser mit dem Lippenrot. Dumm, dass man bei jedem Schritt zu kippen droht. Wenn ich nur wüsste, wo ich hier Tabletten finde, am Morgen, danach. Du siehst mit einem Mal die Welt ganz grau und grau. So steigt die Nacht nicht aus dem Haus. Was so nach drei geschah, das weißt du nicht genau. Da schweigt sich das Gedächtnis aus. Sonderbar, was macht, um diese Zeit zu denken. Wer hat, Rosa, diesen teuren Schmuck geschenkt. Und was wird aus dem, was man sich fest versprach, am Morgen, danach. Hast du zu dem Dicken etwa du gesagt? Hast du ihm womöglich etwas zugesagt? Was dann ein Problem, ein ganz verflixtes wäre, am Morgen, danach. Wo sind auf dem Teppich all die Scherben her? Wecky glaubt, dass ich noch zu verderben wäre. Oh, man schwört sich niemals, was gemixtes wäre, am Morgen, danach. Erst redest du dir ein, weil du Charakter hast. Du bleibst nicht wieder bis zum Schluss. Und später kommst du drauf, du hast den Schuss verpasst. Und wieder kommt es, wie es muss. Lauter, volle Aschenbecher schauen dich an. Aus dem Spiegel guckt ein Blüder, flaut dich an. Wie ein Kind, dem jemand seinen Ball zerstang. Und dann, dem jemand seinen Ball zerstang. Und dann, dem jemand seinen Ball zerstang. Und dann, dem jemand seinen Ball zerstang. Ebenin. Ganz schön. Dankeschön. Ja. Da bleibt es uns dann nur zu sagen, lassen Sie uns alles dafür tun. Einen Morgen, danach. Ab an die Theke. Ja, ich finde auch, das ist das Lied zum in die Nacht gehen. Machen wir das. Machen wir das. Wir bedanken uns. Ja, das war unser 13. Mods Talk. Und jetzt ist das Stichwort gefallen, ab an die Theke. Genau. Eine Etage tiefer geht es weiter. Natürlich mit unserer Mods Show und Talk Band.